Oberarzt Dr. Michael Pröbstle auf dem Dach der Frankfurter Unfallklinik. Autobahn 45, schwerer LKW-Unfall. Der Fahrer wurde aus dem Blech geschweißt. Schon ist er auf dem Weg in die Klinik. Dem direktesten. Durch die Luft. Rettungshubschrauber Christoph 2 im Einsatz. Polytrauma. Das hat die Rettungscrew schon über Funk gemeldet. Zurück bleibt der Lastwagen am Unfallort. Seitlich überschlagen. Mit vollem Tempo in die Böschung. Der LKW-Fahrer aus Thüringen hat dabei noch ein Auto auf dem Pannenstreifen angefahren. Unfallursache Sekundenschlaf. Dr. Pröbstle nutzt den Moment, bis die Rotorblätter stillstehen. Er holt die Hubschrauber-Lafette. Ein Spezialgestell, mit dem das Team den Patienten auf der Trage aus dem Hubschrauber laden kann. Der LKW-Fahrer ist noch schwach bei Bewusstsein. Rettungsarzt Dr. Michael Henrich hat ihm schon unterwegs Schmerzmittel und eine Infusion gegeben. In acht von zehn Fällen jedoch werden die Patienten schon in Narkose geflogen. Mit dem Notfallaufzug geht es in wenigen Sekunden ins Erdgeschoss. Kurze Wege sind entscheidend. Die Christoph-Besatzung und Dr. Pröbstel bringen den schwerverletzten LKW-Fahrer in den Schockraum. Verdacht auf Herzquetschung. Auch ein Lungeninfarkt könnte vorliegen. Röntgen und Ultraschall. Dr. Pröbstel untersucht erstmal den Zustand der inneren Organe. Er hat Glück gehabt. Er hat keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er war zwischen dem Lenkrad und dem Sitz eingeklemmt. Das heißt, der Sitz hat in einer gewissen Weise nachgegeben, sodass das Prasanztrauma nicht so extrem war in dieser Falle. Er hat mindestens drei Rippenfrakturen. Die Lunge selbst ist ausgedehnt. Das heißt, es gibt aktuell keinen Hinweis darauf, dass ein Lungenkollaps vorliegt, was häufig bei Brustkorbverletzungen der Fall ist. Auch hat er noch auf den ersten Bildern keine größere Ansammlung von Blut im Brustkorb. Was sich aber durchaus bei diesem instabilen Brustkorb mit Rippenfraktur im weiteren Verlauf noch entwickeln kann. Auf dem Dach der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik hilft Rettungsassistent Thomas Kalkus, dem Piloten wieder nachzutanken. Von Sonnenauf bis Untergang muss der Eurocopter BO-105 jederzeit startklar sein. Die zwei Triebwerke brauchen vier Liter Kerosin pro Minute. Der Helikopter vom Bundesgrenzschutz ist für die Unfallrettung hier stationiert. Der 34-jährige Pilot Thomas Aschenbrenner gehört zur Grenzschutzstaffel. Seit neun Jahren macht der Vater einer Tochter wochenweise Christoph-Dienst. Mehrfach täglich gibt es Alarm. Und nach allem was Aschenbrenner schon sehen musste, fühlt er sich im Hubschrauber viel sicherer als auf dem Heimweg per Auto. Man hat schon alle möglichen Sachen erlebt. Man sieht Autos von oben, da glaubt man, da kommt keiner lebend raus. Und dann hat der Patient, falls es da wirklich noch einer sein, der hat fast nichts. Also es gibt die tollsten Sachen. Aber in der Regel kann man sagen, am Zustand des Autos kann man ungefähr ermessen, was dem Patienten zugestoßen ist und wie es ihm im Allgemeinen geht. Wobei es in den letzten Jahren sich etwas gewandelt hat, die ganzen Sicherheitsvorkehrungen mit Airbag und Gurtstraffer und was es da alles gibt. Während auf dem Dach der Helikopter betankt wird, konzentriert sich die Mannschaft im OP-Bereich der BG-Klinik auf einen Einsatz der besonderen Art. Der Operationsroboter RobotDoc wird vom EDV-Spezialisten gecheckt. Die chirurgische Fachklinik ist auf große Gelenkprothesen spezialisiert. OP-Schwester Heike bereitet die nächste Operation vor. Sterile Instrumente. B6 Privatstation. Mehrere Hüften stehen heute an. Stationsschwester Uta Scholl begleitet die nächste Patientin. Elisabeth Born, 41, Mutter von zwei Kindern, hat noch wenige Stunden zur OP. Die letzten Wochen, die waren schon nervenaufreibend, also muss ich schon sagen. Ist es was Besonderes, das Gefühl von einem Roboter operiert zu werden? Ja, also am Anfang habe ich gedacht, nee, das macht sie nicht. Warum? Ja, der Gedanke, da ist man im Gerät ausgeliefert, war mir nicht ganz so genehm. Aber nachdem ich mich dann viel informiert habe, ja, habe ich mir gedacht, naja, Sicherung wird schon keine durchbrennen. Es wird schon klappen. Und das heißt ja, die Genauigkeit ist um ein Vielfaches höher, wie von Chirurgenhand. Ja, dann haben wir mich dafür entschlossen. Zurück auf dem Helideck. Die Beeper der Christoph Crew haben schon wieder Alarm gegeben. In der Minute, bis der Unfallarzt und sein Assistent an Bord gehen, meldet der Pilot den Einsatz über Funk dem Tower des Frankfurter Flughafens. Rhein-Main ist Deutschlands dicht beflogenster Luftraum. Der OP hat Kapazität, wir haben Intensivplätze und bitte ungekreuze Null-Legativ-Konserven im Stockraum. Verkehrsunfall, Frontalzusammenstoß. Christoph 2 hat den Koordinator der Intensivbetten, Dr. Schweighofler, in der Unfallklinik angefunkt. Er organisiert die 15 Intensivplätze der Klinik. 44 weitere Spezialbetten stehen für Rückenmarksverletzungen bereit. Inzwischen versetzt Chef-Anästhesist Dr. Rolf Tessmann Elisabeth Born in die Narkose. Schön Luft holen. Alles wunderbar. Denken Sie an was Schönes? Mhm. Und was? Meine Küche. Denken Sie an Ihre Kinder. Wunderbar. Das Gleiche, wie wir in Ruhe mit Ihnen toben können in vier Wochen. Herr Born. Herr Born schläft. So. Geben Sie bitte den Rest-Tag hin. Ich spüre jetzt an der Leichtigkeit, wie die Patientin sich beatmen lässt, ob die Relaxation, das heißt die Muskelschlaffung, der so weit vorangeschritten ist, dass wir die Intubation vornehmen können. Anästhesie ist auch viel, viel Erfahrungssache und viel ärztliche Intubation neben allen objektiven Missmethoden. So Herr Schader, wir sind soweit. Ein Stockwerk tiefer. Dr. Roos prüft noch einmal die berechnete Lage der heutigen Hüftoperationen. Der Unfallchirurg hat die Knochenausfräsungen Schicht für Schicht simuliert. Gleich stehen zwei Hüft-OPs an. Die Implantate von Elisabeth Born und die der OP danach an Anni Klunke sind auf 0,03 Millimeter Genauigkeit hin justiert. Die Daten werden auf Robo-Doc-Desketten hinauf in den OP gegeben. Dr. Roos reicht sie durch die Schleuse. Im OP-Bereich muss jeder sterile Kleidung tragen. Der hochspezialisierte Robo-Doc kostet eineinhalb Millionen Mark. Drei Stück hat die Klieg. Pro Eingriff ein bis zweitausend Mark Aufpreis. Roboteroperationen werden in einigen Jahren Standard sein. In Deutschland ziehen die Krankenkassen bisher aber noch nicht mit. Robo-Doc hier fast schon Routine. Die meisten Operationen mit Roboter weltweit wurden hier gemacht. 1400 OPs allein hat Professor Martin Börner hinter sich. Die Hüfte von Frau Baum ist von Geburt an verformt. Die einzig mögliche Lage einer Prothese wäre ohne Hilfe des Computers kaum zu berechnen gewesen. Professor Börner setzt in diesem Fall den Robo-Doc nur in einem Teilbereich ein. Gleiche Zeit, oben auf dem Dach. Die exakte Landung auf der Heliplattform beherrschen die Piloten im Schlaf. Vor einigen Jahren ist Christoph II sogar mal auf dem Sonnendeck eines Rheinschiffes in voller Fahrt gelandet. Ein Herzinfarkt. Wieder muss der Unfallchirurg ein sogenanntes Polytrauma, einen mehrfach Verletzten, in den Schockraum bringen. Der Patient hatte am Steuer gesessen. Zum Glück hatte sein Airbag funktioniert. Der Patient ist die ganze Zeit kreislaufstabil, die Blutdruck 130, 80, die Pulsverkönung ist 78. Sauerstoff-Serdigung? Sauerstoff-Serdigung ist gut. Nein, warten wir mal die Thorax-Bilder jetzt ab und schauen dann weiter. Hast du? Was machen Sie jetzt da? Ich nehme sämtliche Unterlagen, also sämtliche persönlichen Papiere, die der Patient hat. Komme ich mir alle an und schreibe sie auf, ja. Damit nichts verloren geht. Sämtliche Kundenkarten, Konfokarten, Kartenkarten, alles, was man so im Leben braucht. In OP-Saal 1 übernimmt jetzt Kollege Roboter die Arbeit. Nach Elisabeth Born fräst er sich jetzt in den Hüftknochen von Anni Klunke. Bei ihr wird die gesamte Prothese per Rechner angepasst. Der Robo-Doc-Sekt passgenau. Je nach Knochenstärke und Körpergröße braucht er 12 bis 20 Minuten. Das Ärzteteam wartet ab, bis Chefarzt Professor Börner die Prothese auf den feingeschliffenen Knochenstumpf setzen wird. Der Kontrollmonitor zeigt rot, welche Knochenteile schon ausgefräst sind. Wir sehen links unten bei dem Bone Motion, dass er doch sehr ruhig ist, der Patient in der guten Narkose sich befindet und keine Bewegung raus. Hätte sich die Hüfte bewegt, schaltet sich der Robo-Doc im Sekundenbruchteil aus. Einen Fehler im mikroelektronischen Sicherheitssystem halten die Ärzte für undenkbar. Ohne Notstopp jedoch wäre der Roboter im menschlichen Körper viel zu gefährlich. Wie so oft im chirurgischen Fachkrankenhaus geht die Medizin nahtlos in deftiges Handwerk über. Der Prothesenkopf wird eingehämmert. Alles kann der Computer nicht übernehmen. Auch wenn viele Chirurgen anfänglich Sorge hatten. Der Robo-Doc ersetzt keine Ärzte. Er verändert ihren Job. Professor Börner sieht im Roboteroperieren eine Chance für den medizinischen Standard. Der Operationssaal der Zukunft, der wird ganz anders aussehen. Ja, es wird so sein, dass wir nicht mehr mit kleinen Operationssälen zurande kommen. Wir werden vollgestopft sein mit technischen Möglichkeiten, denn das ist ja erst der Beginn. Oder das war der Beginn. Die Zukunft wird so sein, dass man anhand der CT-Untersuchungen, computertomografischen Untersuchungen, kernspintomografischen Untersuchungen, dass man diese Daten in den Bildschirm eingibt und dann im Sinne einer virtuellen Realität den Patienten am Tag vorher operiert. Am frühen Abend. Christoph 5, der verbrüderte Rettungshelikopter aus Ludwigshafen, steuert die berufsgenossenschaftliche Unfallklinik an. Der Standort Frankfurt ist neben anderem auf Handchirurgie spezialisiert. Nachtschicht für Dr. Philipp Dunker. Er nimmt das Unfallopfer an. In einem Metallbetrieb bei Biblis ist dem Mann ein Stahlträger auf die Hand gefangen. Dunkers Diagnose, um die Fingerkuppen zu retten, wird noch heute Nacht operiert. Zwei Stunden später. Ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes will einen Hirnpatienten bringen. Notfall. Dr. Dunker kümmert sich noch während der Rettungswagen durch die Stadt rast um einen Platz auf der Intensivstation. Wir brauchen einen Beatmungsplatz für den Patienten, der angemeldet ist. Haben wir irgendeinen, den wir verlegen können? Ja, genau, okay. Danke. Alles klar, der Arzt auf dem Rettungswagen hat Glück. Ansonsten hätte er weiter rumsuchen und längere Wege riskieren müssen. Dr. Dunker wird gleich die Hirnspezialisten alarmieren. Nur große Kliniken sind auf so komplizierte Fälle eingestellt. In der ganzen Bundesrepublik wissen Unfallärzte um den Engpass. Vor allem bei neurologischen Patienten, beziehungsweise neurologisch-chirurgischen Patienten, die einer Operation am Hirn möglicherweise bedürfen, das heißt bei einer Hirnblutung oder bei einer schweren Schädel- oder Hirnverletzung bedingt durch einen Unfall, ist die Bettenkapazität halt sehr gering. Und Sie müssen dann Klinken putzen um ein Bett, oder? Ja, quasi schon. Der 33-jährige Patient hatte plötzlich Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen. Bei der Übergabe im Schockraum gibt der Notarzt alle entscheidenden Informationen an Dr. Dunker. Ja, oder auf dieses Telefon, auf irgendeins, das muss nur funktionieren. Der gebürtige Hamburger beweist norddeutsche Nervenkraft. Wen haben Sie denn jetzt? Haben Sie irgendjemand dran für mich am Telefon? Von den beiden. Wie auch immer. Bis der Patient 10 Minuten später unterm Computertomographen liegt, sind der Chef der Orthopädie und der neurochirurgische Oberarzt schon da. In Schichtbelichtung werden Augenraum und Hirngewebe untersucht, ob eine Blutung vorliegt oder ein Tumor. Hat keine Kopfschmerzen gehabt, auch in der Vorgeschichte der letzten Zeit nichts zu eruieren. Und Kopfschmerzen, laut Angabe der Ehefrau, die ist mit dabei. In dem Alter ist es ungewöhnlich, dass er jetzt nur einen Hirninfarkt hat, ist dann meist doch eine fassbare Ursache dahinter, in Form einer Gefäßfehlbildung, beziehungsweise eines Tumors. Wenn wir jetzt nichts sehen, dann muss man das weiter neurologisch abklären. Kurz vor Mitternacht. Auch OP-Schwester Heike muss noch arbeiten, mit den Mikrochirurgen. Schon seit zweieinhalb Stunden nähen sie an der Hand des Metallarbeiters aus Biblis. Eine Fingerkuppe ist gerettet, eine zweite noch fraglich. Der Operateur sucht Enden von Blutgefäßen, die er unter dem 30-fachen Mikroskop vernäht. Der Patient ist lokal betäubt. Kopfhörermusik lässt ihn den stundenlangen Eingriff besser ertragen. Das Blut muss ja auch abfließen. Und Venen hat er auch nicht. Und schauen wir, ob wir da noch vielleicht eine Vene finden. Hier oben. Die Nerven mussten wir nicht nähen, die waren noch da, waren aber stark gedehnt. Eine Stunde werden die Handchirurgen noch brauchen. Neben den akuten Fällen überwacht Dr. Dunker nachts die Intensivstation. Ohne das Rotorbett, das sich langsam dreht, könnte dieser Schwerverletzte nicht überleben. Der Mann war von einer Eisenbahnbrücke gestürzt. Akut sind Milz entfernt und innere Organe genäht worden. Er hat Wasser in der Lunge und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Er ist eben insgesamt sehr schwer verletzt. Das heißt, es sind multiple Organsysteme verletzt. Es ist das Beckenkomplex verletzt, die Wirbelsäule ist verletzt. Er hat schwere Verletzungen der Bauchorgane gehabt. Dass wir das jetzt einfach kontrollieren, weil ja morgen eine geplante Operation ansteht. Und wir sehen müssen, ob er operationsfähig ist für diesen Eingriff. Ob er durchkommt? Vor vier Stunden erst erlag eine Frau nebenan ihren Unfallfolgen. Gewöhnen Ärzte sichern diese Belastung? Bei mir ist es so, dass ich häufig mit Kollegen darüber rede, dass wir innerhalb des Hauses auch darüber reden. Aber viele Sachen nimmt man einfach auch mit. Und ich merke es immer, wenn es mir nicht so ganz gut geht, dass mich viele dieser Sachen, auch der schwer verletzten, auch jungen Patienten, so im Schlaf, im Traum wieder einholen. Das heißt, mein Gehirn kombiniert dann neu Verletzungsmuster oder Situationen aus all diesen erlebten, bekannten, auch schwer verletzten Patienten. Der nächste Morgen. Schichtwechsel bei der Christoph Crew. Frank Schäfer bezieht für eine Woche die Pilotenwohnung neben der Leitstelle. Heute fliegt er mit Dr. Dunker, denn der hat 24 Stunden Einsatz. Alle bleiben ab jetzt in zwei Minuten Distanz rufbereit. Dem Lkw-Fahrer aus Thüringen geht es besser. In wenigen Tagen kann er entlassen werden. Glück im Unglück. Jetzt bleiben neben leichten Quetschungen nur noch drei gebrochene Rippen, ein Sattelschlepper-Totalschaden und der Schock des Aufwachens. Mit schrecklichen Schmerzen in Frankfurt auf der Intensivstation. Ich habe gesagt, dass man mir nur das für einen Unfall hatte. Und dass sie mich eben rausgeschnitten haben und mit dem Hubschrauber hierher gebracht haben. Aber dann ist Sensor, Filmriss. Eigentliche Erinnerungen an das Geschehen haben die Patienten nicht und können sie eigentlich auch nicht mehr aufbauen, weil das Gehirn sich einfach schützt vor solchen Stressreaktionen, das dann mit einem Mal ausgeblendet wird. Eine gewisse Zeit vor dem Unfall, der Unfall selbst und eine gewisse Zeit nach dem Unfall ist so völlig ausgelöscht aus dem Gedächtnis und lässt sich auch nicht wieder reaktivieren. Ich weiß wirklich nicht wie oder was. Ja, das ist ein Filmriss. Einsatz in Frankfurts Nordweststadt. Ein kleines Mädchen droht zu ersticken. Der Pilot denkt an einen geeigneten Landeplatz und an seine kleine Tochter. Immer wenn Kinder verunglückt sind, steigt der Adrenalinpegel der Luftretter besonders. Gleich wird der Helikopter landen. Die Wiese liegt dicht am Wohnhaus des Kindes. Das Rettungsteam wird die letzten Meter zu Fuß dorthin rennen. Der Pilot wartet. Glücklicherweise, das Kind muss nicht in die Klinik geflogen werden. Der gerufene Krankenwagen bringt den Rettungsarzt und den Assistenten zurück zum Helikopter. Macht's gut. Tschüss. Es war ein zweijähriges Kind, das eine Spange verschluckt hatte, so eine kleine Kunststoffklammer. Die Mutter war sehr panisch, weil es kurzfristig keine Luft bekommen hatte. Und als wir ankamen, war es aber vollkommen unauffällig. Ich habe die Lunge abgehorcht. Es hat seitengleich gut belüftete Lungenflügel gehabt. Es war rosig. Vermutlich hat es die Spange verschluckt, sodass sie im Magen ist und dann via natural ist, dass das auf einem natürlichen Weg einfach wieder ausgeschieden wird. Es ist besser, wir sind einmal zu viel alarmiert und gucken nach, dass es dem Patienten gut geht, als dass wir sagen, aufgrund der Meldung fliegen wir schon gar nicht los oder machen das nicht. Während der Helikopter zurückfliegt, gibt Dr. Schweighofler in der Koordinationsstelle für Intensivbetten Entwarnung. Der reservierte Platz für das kleine Mädchen kann anderweitig vergeben werden. Zwei Stunden später. Der nächste Alarm. Es ist schon diesig. Trotzdem startet der Helikopter noch einmal an diesem Tag. Ein Unfall irgendwo im Waldgebiet des Vogelsberges. Drei junge Männer im Auto. Feuerwehr und Krankenwagen sind schon vor Ort. Dr. Dunker entscheidet, der am schwersten Verletzte wird in Narkose beatmet geflogen. Die anderen beiden bringen die Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser. Es muss eine Menge Alkohol im Spiel gewesen sein. Das merken die Helfer sofort. Der Opel Corsa ist frontal gegen einen Baum geknallt. Während der junge Mann in Christoph 2 geladen wird, streiten sich die beiden anderen Insassen, wer von den dreien gefahren sein soll. Für alle anderen ist die Führerscheinfrage jetzt zweitrangig. Unser Hubschrauber, der Christoph 2, steht beim Unfall im Schatten. Könnt ihr bitte dem Neurochirurg Bescheid sagen, dass ein intubiertes Schädel-Hirntrauma, 22 Jahre, männlich, zustander Verkehrsunfall kommt? Oberarzt Schweighofler hat auf Intensiv alles vorbereitet. Im Schockraum. Wirbelsäule, Becken, Schädel. Erste Untersuchungen ergeben Vermutung Schädelverletzung. Rettungsarzt Dunker und Assistent Kaufmann sind bis zum Schockraum noch dabei. Nach der Computertomographie kommt der Patient auf die Intensivstation. Nächster Tag, Erleichterung. Das Unfallopfer von gestern Abend ist über dem Berg. Für uns ist es immer schön zu sehen, dass wir im Team mit den Pflegekräften und den Ärzten hier auf der Intensivstation eben wirklich dem Patienten helfen können. Nicht jede Behandlung eines Risikopatienten nimmt solch einen Verlauf. Was Dr. Dunker, Tessmann und all die anderen an Unfällen erlebt haben, übersteigt das Vorstellungsvermögen von Menschen, deren Alltag nicht die Unfallchirurgie ist. Da sind Regelpatienten wie Elisabeth Baum mit planbaren Gelenkoperationen für die Unfallchirurgen fast wie entspannender Ausgleich. Leben Sie anders, wenn Sie so viele Unfälle schon gesehen haben? Ja, ich fahre vor allen Dingen anders Auto. Ich fahre wesentlich defensiver, weil ich hin und wieder in Situationen komme, wo ich weiß, was da passieren kann, weil ich tagtäglich damit zu tun habe. Und da nimmt man schon mal früher den Fuß vom Gas. Ich denke, ich bin selber sehr viel vorsichtiger geworden und versuche auch mir klar zu werden, dass es mir eben relativ gut geht und ich keine körperlichen Gebrechen habe und dass das schon ein entscheidendes Gut ist. Ich will nicht sagen, dass man aus dem Schaden, den andere haben, klug geworden ist, obwohl man es vielleicht sein sollte, aber dann müsste man ja fast alles ablehnen. Wenn Sie den Sport ganz verbieten wollen, wie zum Beispiel auch das Reiten, natürlich haben wir viele Reitunfälle, aber um jetzt da zu sagen, das sollte man ganz sein lassen, ich denke, das wäre nicht gerechtfertigt. Man muss sich manches Risiko bewusst sein, aber deswegen alles sein zu lassen, das gehört zum Lebenwechsel. Abends auf dem Dach der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik. Christoph II wird in seinen Hangar gezogen. Die Crew fliegt von Sonnenaufgang bis es dunkel wird, über den Dächern von Manhattan. Jeden Tag. Auch morgen wieder, wenn uns allen etwas passieren kann. Wenn wieder mehr Autos über Deutschlands Straßen fahren. Wenn Hobbybastler Bohrmaschinen und Kettensägen anwerfen. Dachdecker an die Arbeit gehen. Oder Elektriker sich verletzen.